Hallo und herzlich willkommen, ich bin Harald Karcher und heute wollen wir einen kleinen Windows 11 Rechner auf WiFi 7 nachrüsten. Und zwar mit einem kleinen M.2 Kärtchen Intel BE200. Das funkt WiFi 7 bis 5800 Megabit Brutto bei 6 Gigahertz plus 2400 Megabit bei 5 Gigahertz plus 574 Megabit bei 2,4 Gigahertz. In Summe also 8774 Megabit pro Sekunde. Dazu Bluetooth 5.4 für Kopfhörer, Maus, Tastatur und vieles mehr. Bei Intel gibt es Software-Treiber für Windows 11, Windows 10 und Linux. Das Kärtchen lässt sich leicht installieren und kostet je nach Händler von unter 20 bis über 50 Euro. Wir zeigen das Upgrade Schritt für Schritt an einem aktuellen Mini-PC der Marke GECOM XT12 Pro mit einer Intel Core i9-12900H Laptop-CPU. Ziel ist es, dass wir dann auch neue WiFi 7 WLAN-Router wie etwa diese Fritzbox 6670 Cable hier im Bild, aber auch die bald kommenden Fritzboxen 7690 DSL oder 6590 Pro voll nutzen können. Oder auch WiFi 7 Router von anderen Herstellern. Zu diesem Zwecke müssen wir entweder brandneue WiFi 7 Rechner anschaffen oder, viel billiger, vorhandene Rechner mit so einem winzigen Intel Kärtchen nachrüsten, wie das hier gerade vor der 6670 Cable steht. Das hier war mein erstes, mit viel zu viel Plastik, mit zwei überflüssigen Schrauben und mit einem völlig überflüssigen Belegschraubendreher. Oben sieht man am Intel BE 200 Kärtchen zwei goldgelbe Buchsen für den Anschluss der Antennenkabel. Unten mehr als 20 goldgelbe Kontakte zum Einstecken in einen M2 Karten Slot. Von hinten ist an dem Intel Kärtchen kaum etwas Interessantes zu sehen. Wir öffnen den Boden des GECOM XT12 Pro an den vier ganz normalen Kreuzschrauben. Dann lösen wir am gelben Pfeil oben eine schwarze Schraube und heben den 1 TB NVMe SSD Speicher von Kingston aus der M2 Fassung am unteren Pfeil heraus. Danach wird das Funkmodul des kleinen GECOM PCs sichtbar. Er hat ab Werk ein Wi-Fi 6E WLAN Kärtchen der Marke Mediatek MT7922A22M verbaut. Das ist nicht schlecht. Damit kann er schon auf drei WLAN Bändern senden und empfangen bei 2,4 oder 5 oder 6 GHz. Aber eben noch kein Wi-Fi 7. Bevor wir das Kärtchen ausbauen, testen wir es noch schnell. Als WLAN Router verwenden wir dazu einen der ersten und bislang besten 6E WLAN Funker und zwar den spinnenförmigen Asus AXE 11000. Bei 2,4 GHz verbindet sich der kleine GECOM spontan mit ca. 2400 Mbps brutto. Bei 5 GHz mit 1200 Mbps und im 6 GHz Band verbindet sich der kleine GECOM mit dem großen Asus spontan mit ca. 2400 Mbps brutto. Genau mit dieser Kombination habe ich bis vor kurzem täglich per Funk auf meine NAS Speicherstation zugegriffen. Natürlich über das wunderbar störungsarme 6 GHz Band. Denn bei 5 GHz kommt bei mir öfter mal der Radar dazwischen. Und im überfüllten 2,4 GHz Band kommt halt kein rechter Speed zustande. Jetzt entfernen wir das durchsichtige Plastikplättchen, das er berg zwischen dem Kingston SSD Speicher und dem Mediatek Funkmodul klebt. Gleich werden wir auch hier die beiden Antennenkabel abziehen und versuchen ein Wi-Fi 7 Funkmodul zu installieren. Und zwar das je gezeigte Intel BE200 WLAN Kärtchen. Wir drehen die silberne Sechskantschraube rechts aus dem goldgelben Gewindesockel links heraus. Jetzt können wir das alte Mediatek Wi-Fi 6E Kärtchen aus dem schwarzen M2 Sockel herausheben. Noch immer hängt das alte WLAN Kärtchen erstaunlich fest an den zwei Antennenkabeln. Mit einer kleinen Zange hebeln wir die zwei Antennenstecker aus den zwei Antennenbuchsen heraus. Mit dem bloßen Fingernagel hat es nicht geklappt, denn die Stecker sitzen erstaunlich fest in den Buchsen. Hier hängt jetzt schon die neue Intel BE200 Wifi 7 Karte an den zwei Antennenkabeln. Ich konnte die beiden Antennenstecker mit dem bloßen Daumen in die beiden Buchsen drücken und habe sogar ein deutliches Einrasten gespürt. Ein bisschen mulmig war mir trotzdem, ob sie auch richtig sitzen und halten würden. Gleich werden wir es ja merken, wenn wir den frisch gebackenen Wifi 7 PC an ein paar WLAN Routern messen und testen. Jetzt stecken wir die Wifi 7 Karte wieder in den schwarzen M2 Sockel und hoffen, dass dabei die Antennensteckerchen nicht aus den Antennenbuchsen herausfallen. Doch keine Sorge, alles hält bestens. Jetzt drücken wir die WLAN Karte wieder bis auf den goldgelben Sockel hinunter und schrauben den silbernen Sechskantbolzen drauf, der die WLAN Karte fest nach unten drückt. Zu guter Letzt kleben wir das transparente Plättchen wieder auf die WLAN Karte drauf, damit die zwei Antennenstecker keinen Kontakt mit der SSD Speicherkarte bekommen. Am Ende legen wir die blaue Kingston SSD darüber und schrauben die schwarze Schraube wieder rein. Jetzt können wir den Aluminiumboden wieder auf den Rechner schrauben. Nach dem erneuten Einschalten funkt der Mini PC erstmal kein WLAN und auch kein Bluetooth mehr. Auch im Gerätemanager ist jetzt keine WLAN Karte mehr zu finden. Ja klar, der Rechner hat noch keine neuen Treiber für das neue Intel Kärtchen. Diese müssen wir erstmal im Internet suchen. Wir schließen den PC also per LAN Kabel über eine Fritzbox an das Internet an und suchen die passenden Intel Treiber. Hier klicken wir auf Intel WiFi 7 Produkte und lernen. Es gibt ein stärkeres WiFi 7 Kärtchen BE200 mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 5,8 Gigabit pro Sekunde in einem 2x2 Antennendesign und Kanalbandbreiten bis 320 MHz bei einer Modulation bis 4K QAM. Just dieses Kärtchen haben wir. Daneben gibt es ein schwächeres Kärtchen Intel BE202 bis 2,4 Gigabit pro Sekunde, weil nur 160 MHz Kanalbandbreite und nur 1K QAM. Beiden gemeinsam ist das 2x2 Antennendesign. 4x4 WiFi 7 Kärtchen für 4 Antennen scheint es zurzeit noch nicht zu geben. Das 2x2 Design passt zum Beispiel fast perfekt zur Fritzbox 6670 Cable, die ebenfalls nur zwei WLAN Antennen pro Frequenzband hat. Im 5 GHz Band müsste das Intel Kärtchen damit maximal 2880 Megabit aus der 6670 herausholen. Im 6 GHz Band kann sich die 6670 allerdings gar nicht mit dem Intel Kärtchen unterhalten, weil diese Fritzbox 6 GHz nicht unterstützt. 6 GHz soll dann erst die Fritzbox 5690 Pro können. Die für Sommer 2024 angekündigte High-End DSL Fritzbox 7690 mit übrigens endlich auch 2x2,5 Gigabit Ethernet LAN-Buchsen verspricht aber schon ein 4x4 Antennendesign. Also 4 WLAN Dual Band Antennen für 2,4 und 5 GHz. Da müssen wir dann vermutlich mindestens zwei Intel BE 200 Kärtchen auf die 7690 loslassen, um die vollen 5760 Megabit Brutto bei 5 GHz aus der 7690 herauszuholen. Plus einen dritten WiFi 7 Rechner, um auch das 2,4 GHz Band zeitgleich maximal belasten zu können. Bevor wir das Intel BE 200 Kärtchen testen, noch kurz zur weiteren Treiberinstallation. Hier gibt es den WLAN Treiber für Windows 10 und Windows 11. Den Treiber für Linux muss man sich anderweitig mühsam suchen. Außerdem sollte man auch den Bluetooth Treiber für das Intel BE 200 Kärtchen installieren, sonst springen später die Bluetooth Geräte wie Kopfhörermaus und Tastatur nicht mehr an. Auf dieser Seite könnte man rechts das Tool für den automatischen Treiberupdate installieren. Dieses Tool hat in meinem Fall aber nicht erkannt, dass die Treiber für das Intel BE 200 Kärtchen auf dem Rechner fehlen. Also habe ich den WLAN Treiber links im Bild händisch heruntergeladen und händisch installiert. Danach war dann immerhin die WLAN Funktion der Intel WiFi 7 Karte im Gerätemanager erkennbar. Dann habe ich den Treiber für Bluetooth ebenfalls händisch installiert und danach war auch Bluetooth an mehreren Stellen im Gerätemanager erkennbar. Danach konnte ich dem Rechner auch wieder Bluetooth Geräte hinzufügen. Zum Beispiel diesen Nyabra Evolve 2 85 Bluetooth Kopfhörer. Zurück zu WiFi 7. Wir probieren das neue WLAN 7 Kärtchen im kleinen GECOM Intel i9 Rechner erst wieder am großen WiFi 6E Router Asus AXE 11000 aus. Im 2,4 GHz Band verbindet sich der Mini Rechner spontan mit 287 Megabit Brutto mit dem Asus Router. Netto kommt grob gesagt die Hälfte auf kurze Distanz. Im 5 GHz Band sehen wir bis zu 2400 Megabit Brutto. Im 6 GHz Band sind es ebenfalls bis zu 2400 Megabit pro Sekunde. Den nächsten Versuch machen wir an einer Fritzbox 6660 Cable, Hardware Version 1 vom Januar 2020. Sie funkt maximal 2x2 WiFi 6 aus zwei winzigen Dual Band Antennen, die direkt auf die Platine gedruckt sind. Das neue Intel WiFi 7 Funk Modul verbindet sich bei 2,4 GHz spontan mit 287 Megabit Brutto und bei 5 GHz mit über 2000 Megabit Brutto. Das sind typische WiFi 6 Speed Werte. Dazu bräuchten wir kein WiFi 7 Kärtchen. Wir stellen hier nur fest, das WiFi 7 Kärtchen ist auch mit WiFi 6 kompatibel. Den nächsten Versuch machen wir an einer Cable vom Frühling 2024. Sie funkt maximal 2x2 WiFi 7 aus zwei Dual Band Antennen, die rechts und links hinten aufrecht im Gehäuse stehen. Im 2,4 GHz Band verbindet sich der Rechner mit 574 Megabit Brutto an die Fritzbox 6670. Im 5 GHz Band sehen wir bis zu 2400 Megabit Brutto. Schauen wir noch kurz in die Web-Oberfläche der 6670 hinein. Der Intel i9 Rechner mit Intel WiFi 7 Kärtchen hat sich mit 2,4 Gbps an die Fritzbox 6670 verbunden. Bekanntlich unterstützt Windows 11 zurzeit aber noch kein MLU alias Multi-Link Operation, also die Aggregation mehrerer Verbindungen auf mehreren Frequenzen. Deshalb ist die grüne Linie nur einfach und nicht doppelt gestrichelt. Die beiden Android Handys Google Pixel 8 und OnePlus 11 sind da schon ein bisschen moderner. Ihre doppelt gestrichelten Linien signalisieren schon MLO-Verbindungen. Deshalb kommt etwa das Pixel 8 auf eine Bruttorate von 3 Gigabit pro Sekunde. Bei diesem Screenshot wurden gerade 150 Megabit plus 2,9 Gigabit zu 3,0 Gigabit pro Sekunde aggregiert. Da geht auch noch mehr, das zeigt jetzt nur mal das Prinzip der Aggregation. Scrollen wir weiter runter, dann sehen wir auch hier bei den beiden WiFi 7 Handys schon den Zusatz MLO. Beim WiFi 7 Kärtchen dagegen, letzte Zeile, fehlt dieser MLO Zusatz noch. Auch hier sieht man, vor allem bei den WiFi 7 Endgeräten ist noch vieles voll in der Entwicklung. Kurzer Preischeck. Das Intel BE200 WiFi 7 M2 Kärtchen gibt es laut geizhalts.de ab 17,29 Euro. Da kommen aber oft noch bis zu 7 Euro für Versand und Verpackung drauf. Somit sagen wir lieber mal ab 25 Euro. Das von mir getestete Intel Kärtchen von Nik Giga hat am 27 Mai 2024 bei Amazon 44,99 Euro gekostet. Es ist offenbar gut lieferbar. Ich habe es schon öfter gekauft. Das letzte habe ich nachts gegen 2 Uhr bestellt und mittags gegen 14 Uhr bekommen. Hier nochmal kurz die Fakten im Überblick. WiFi 7 auf drei Frequenzbändern mit folgenden Maximalgeschwindigkeiten. 574 Megabit bei 2,4 GHz plus 2400 Megabit bei 5 GHz plus 5800 Megabit bei 6 GHz. Sofern der WLAN Router schon 6 GHz bis 320 MHz Kanalbandbreite versteht. Natürlich alle Werte nur brutto auf kurze Distanz. Rein theoretisch kommt man mit dem Intel BE200 auf eine Speed-Summe von 8774 Megabit pro Sekunde. Außerdem im gleichen Kärtchen mit enthalten Bluetooth 5.4 zur drahtlosen Anbindung von Bluetooth-Maus, Bluetooth-Tastatur, Bluetooth-Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher, Bluetooth-Gamepad oder auch Handy und Tablet. Zum Intel BE200 Gärtchen gibt es Software für Windows 11, Windows 10 und für Linux. Aber Vorsicht, das Intel Gärtchen läuft offenbar nicht auf Rechnern mit einer CPU von AMD. Deshalb habe ich die Aufrüstung an diesem GECOM XT12 Pro gezeigt, der eine Intel i9 CPU verbaut hat. Will ich dagegen meinen GECOM A5 mit einer Ryzen 7 5800H CPU von AMD samt Bluetooth 5.2 und Windows 11 Pro intern auf Wifi 7 aufrüsten kann, weiß ich noch nicht. Dieser Mini-PC-Funktabwerk das normale Wifi 6. Das gleiche gilt auch für den Apple Mac Mini M1. Dieser Mini-PC-Funktabwerk ebenfalls nur das normale Wifi 6. Und läuft zudem mit Mac OS Sonoma 14. Dafür gibt es sowieso keinen Intel Wifi 7 Treiber. Falls euer großer Desktop Rechner zwar eine Intel CPU hat, aber noch keinen kurzen M2 Steckplatz, habe ich schon Anfang 2021 gezeigt, wie man so einen PC von Wifi 5 auf Wifi 6 nachrüsten kann. Inzwischen gibt es ähnliche Nachrüstkarten auch schon für Wifi 7, etwa hier auf Amazon oder hier bei AliExpress. Ich kann euch aber leider noch nicht sagen, was diese Adapter taugen, weil ich sie selber noch nicht getestet habe. Als nächstes will ich versuchen, das kleine Intel Wifi 7 Kärtchen in einen viel älteren Windows 10 Laptop zu installieren, der sich nicht einmal mehr auf Windows 11 hochrüsten lässt. Falls das klappt, kommt auch dazu bald ein kurzes Video. Es ist ein Asus Vivobook Pro 17,3 Zoll mit einer Intel Core i7 CPU vom Frühling 2018. Aber noch viel zu gut, um ihn schon zu entsorgen. Die aktuelle WLAN Karte sieht ein bisschen exotisch aus, aber schauen wir mal, was da noch geht. Bis dahin freue ich mich auf eure Meinung, Fragen oder konstruktive Kommentare. Servus und alles Gute bis zum nächsten Mal. ...